Vor der Kamera haben wir den Hermann Gruber, sportlicher Leiter fürs Skibergsteigen beim DRV. Heute sichtlich erleichtert, die Saison hat begonnen. Ja, definitiv. War ein sehr ereignisreicher und sehr arbeitsintensiver Sommer. Da haben wir sehr gute Vorbereitungen gemacht, mannschaftlich sowie strukturell. Und jetzt freuen wir uns darauf, dass endlich Richtung Weltcup-Start geht und sind sehr gespannt, wo uns das ganze Ergebnis technisch schief wird. Super. Olympia am Horizont ist ein großes Thema, oder? Definitiv. Wir schauen zwar immer noch, dass wir ganz klar den Fokus auf alle vier Disziplinen legen und nicht nur Olympia haben, aber natürlich spielt Olympia ein Thema in der Mannschaft, für uns als Verband. Unser Ziel ist natürlich die Olympia-Qualifikationsnorm zu schaffen und bei den Spielen im ICO 26 vertreten zu sein. Super. Dann wünsche ich dir und deinen Athletinnen und Athleten alles Gute. Danke.